Herzlich Willkommen bei DRIVOLINO. Durch unsere langjährige Kooperation mit dem Degener Verlag bieten wir nun auch eine Lern-App für Fahrschüler an, welche wir in unsere Verwaltungssoftware integrieren. Grundvoraussetzung dafür ist es, dass die Fahrschule einen Zugang zu Click&Learn Online hat und dort einen API Key generieren kann. Sollten Sie noch keinen Zugang haben, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice. Wir übernehmen das gerne für Sie. Wenn der API Key generiert ist, öffnen wir auf der Startseite den Menüpunkt Einstellungen und gehen im Untermenü Click&Learn 360 auf den Button API Key bekommen. Dort gibt die Fahrschule nun den Key ein, speichert ihn und dann ist die Verknüpfung mit Click&Learn aktiv. Im Seitemenü unter Click&Learn 360 findet man eine Übersicht über alle bereits zugeordneten Lizenzen. Um einem Schüler eine Lizenz zu vergeben, öffnen wir die Detailseite eines Schülers. Als nächstes navigieren Sie unten links zu dem Punkt Click&Learn 360. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Lizenz hinzuzufügen oder eine neue Lizenz zu registrieren. Wenn der Fahrschüler bereits Click&Learn nutzt, kann dieser hier hinzugefügt werden. In unserem Beispiel wählen wir nun aber die Option Lizenz registrieren. Der Name, E-Mail und Passwort sind bereits vorausgefüllt. Die Fahrschule wählt jetzt noch die Führerscheinklasse aus und die Sprache, welche übrigens aus allen amtlichen Sprachen ausgewählt werden kann. Des Weiteren kann die Fahrschule auswählen, ob es sich hierbei um den Ersterwerb handelt. Als letzten Schritt klicken Sie auf den Button Registrieren und die Lizenz ist zugeordnet. Der Fahrschüler findet nun in seiner App einen neuen Menüpunkt mit dem Namen Click&Learn. Hier kann er seine Benutzerdaten kopieren und über die Verlinkung gelangt er direkt zur Lern-App. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Ihr Book&Pay Team